Egal ob zu Hause oder im Büro, sobald das Modem eingeschaltet und die Verbindung hergestellt wird, habe ich Zugang zum Internet. Das ist für mich nämlich sehr wichtig, weil ich beruflich, aber auch privat viel Zeit online verbringe. Meine Frau und ich haben ein kleines Computergeschäft und um immer auf dem Laufenden zu bleiben, surfe ich oft lange im Netz und informiere mich über die neuesten Produkte. Wir haben natürlich auch eine eigene Internetseite, die ich selbst betreue. Auf unserer Homepage befinden sich die wichtigsten Informationen und einige Links zu unseren Produkten, als auch Kontaktdaten. Wir bekommen täglich viele Nachrichten mit Anfragen und Angeboten in unseren Posteingang zugeschickt. Da ich nicht immer auf alle sofort eingehen kann, beantworte ich zuerst die E-Mails mit den Anfragen, weil wir unseren Kunden rund um die Uhr zur Verfügung stehen möchten. Manchmal passiert es auch, dass ich aus technischen Gründen eine Nachricht nicht gleich senden kann. Aber dann warte ich kurz ab und maile es einfach später, wenn die Internetverbindung wieder gut ist.